Und jetzt gönnen wir uns Argentinien, Kalifornien, Grönland. Allesamt wirklich schön und vor allem wirklich viele Flugstunden weit entfernt. Wenn sich da beim Besuch ein schlechtes CO2-Gewissen einstellt, dann kann man das auf 10.000 Höhenmetern einfach unter sich lassen oder eben nicht. Ein Grünen-Politiker hat gerade vorgeschlagen, derartige Fernflüge zu rationieren. Und da war dann was los. Die einen holten das alte Klischee von der miese-petrigen Veggie-Day-Verbotspartei wieder raus. Und die Grünen selbst machten wirklich alles, damit dieser Vorschlag schnell wieder vergessen wird. Sascha Adamek und Norbert Siegmund tun jetzt was dagegen. Wir haben Strickoxide, wir haben Feinstaub, wir haben Menschen, die sterben vorzeitig. Das müssen wir ändern, deswegen brauchen wir eine Wende. Dieter Janaczek, ein Grüner, der die Umwelt schonen will. So weit, so normal. Die Idee? Jeder Bürger bekommt nur noch ein begrenztes Budget an Flugreisen. Praktisch drei Klimajoker pro Jahr. Wenn die aufgebraucht sind, kostet jeder weitere Flug Strafgebühren. Ziel, so Janaczek in einem Zeitungsinterview, die Lustvielfliegerei muss eingedämmt werden. Ein Vorschlag, der bei Janaczeks Parteikollegen für Entsetzen sorgt. Nicht nur, weil er Wähler vergretzen könnte, sondern, wie unsere Recherchen ergeben, weil sie selbst gerne und regelmäßig fliegen. Janaczek selbst. Um in Teking über alternative Antriebe zu sprechen. Parteichef Robert Habeck nach Indien, um dort für die Klimawende zu werben. Und Cem Özdemir, heute Vorsitzender des Verkehrsausschusses im Bundestag, erwischen wir als Klimazorro in Südamerika. Stimmt, da Argentinien rudere ich nicht, sondern wenn ich meine Familie besuche, dann fliege ich da hin. Das lässt sich nicht vermeiden. Persönliche Flugbudgets hält Özdemir für, wörtlich, nicht praktikabel. Jetzt beschäftigen wir uns eben mit der Frage, wer fliegt wohin. Und wir beschäftigen uns nicht mit der Frage, wie können wir eigentlich dafür sorgen, dass das Bahnfahren in Deutschland billiger ist, wie es Fliegen. Fraktionschef und Naturfreund Anton Hofreiter flog ins ewige Eis nach Grönland und produzierte damit eben jene Gase, die das Eis schneller schmelzen lassen. Ich bin für drei Tage nach Grönland in die Arktis gereist. Es hat mich erschüttert, die Auswirkungen des Klimawandels so mit eigenen Augen zu sehen. Was haben denn die Gletscherberge davon, dass Sie selbst dabei sehr viel Treibstoffemissionen erzeugt haben mit diesem Flug? Man hofft dabei immer, durch das, was man politisch erreicht, durch den politischen Impact, deutlich, deutlich mehr zu erreichen, als wie der eigene persönliche Lebensstil an CO2-Ausstoß bewirkt. Fliegen und grüner Lebensstil, das scheint zusammenzugehören. Mehr als Anhänger anderer Parteien sagen Grüne, ich fliege gerne. Sie fliegen auch am meisten und leisten sich dafür, der Umwelt zuliebe ein richtig schlechtes Gewissen zu haben. So auch der Obergrüne auf Klimatour in Grönland. Haben Sie kein schlechtes Gewissen, dahin zu fliegen? Ich will Ihnen das einfach beantworten, wenn man transatlantisch in dem knappen Zeitkontingent das alles mit dem Schiff fahren könnte, würde der CO2-Ausstoß auch nicht optimal sein. Weil der Vorschlag damit nicht nur an grüner Lebenswirklichkeit scheitert, sondern auch grüne Wähler vergretzen könnte, versenken ihn die Parteichefs auf Kontraste-Nachfrage. Ohne Rücksicht auf Parteifreund Janicek. Wie stehen Sie zu der Forderung von persönlichen Flugkontingenten? Ich halte das für keinen sinnvollen Vorschlag, weil die Frage, wie man unsere Wirtschaft ökologisiert, die muss nicht individuell geklärt werden, sondern im Rahmen muss richtig gesetzt werden und deswegen brauchen wir eine Kerosinbesteuerung. Das Fliegen also teurer machen will die Partei der Besseren Besserverdiener. Mit solchen Vorschlägen bleiben die Grünen bei ihrer Klientel im Aufwind, sind laut Umfragen geradezu Überflieger. Abgetaucht dagegen ist Dieter Janicek. Er will nur nichts mehr sagen. Die Angst vor einem grünen Absturz sitzt tief. Untertitelung des ZDF für funk, 2017